Hallo, servus, ich erzähle euch jetzt ganz kurz was über diese Box hier. Wir haben uns die Samsung Resound HD als unsere ersten Boxen gekauft und waren sehr begeistert darüber, dass sie für die 120 Euro, die sie kosten, sehr laut und sehr klar im Mitten- und Hochtonbereich sind. Für Musik sollte man sie noch mit einer Bassbox erweitern. Sie haben unten 10 Zoll und oben 1,5 Zoll und eine Filzoberfläche, die zwar sehr schnell verstaubt, aber sehr gut aussieht. Sie haben einen Speacon Input und einen Line und jeder hat einen Griff. Sie sind recht leicht gut zu tragen, man kann zwei Stück gut zugleich tragen. Und das war's auch schon wieder. Und das war's auch schon wieder.